Hier melden wir uns zurück, live aus der Bausa... Bausa-Land, wo Mario versucht als Vogel... Geht durch, warum? Geht durch, warum Gerhard mit Schmerzen wird? Wegen, glaube ich. Da ist welche Fe近, mit dem Geht durch. In これ oben bergelebt werden. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. Erstmal hier Ruhe genießen. Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Okay, Samurai. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwo noch Geheimnis. Ich wollte es ansehen. Erstmal noch den Sticker und ein schönes Lämmchen. Was will ich denn an? Nichts nur alles. Mal sehen, was haben wir diesmal hier drin. Okay. 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 Und das weiter. Okay. 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 Ja, los, rauf, du, Mario. Oh, meins? Okay. Ja, hat schon Sagen. Hm. Oh. Oh. Ein leeres Bild. Oh, meins? Oh, meins? Oh, meins? Oh, meins? Oh, meins? Oh, meins? Das ist so schön. So sah Mario auch aus, mein. Mal sehen, wie weit ich kommen werde, mit dem. Oh, die Hasen. Oh, der Chef hat mich übertrieben, als er meinte, ihr werdet hartnäckig. Ihr macht aber gar nichts, wenn ich weder dieser Familie als Ehre machen und euch ausmerzen. Oh, der Chef hat mich übertrieben. 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 So, jetzt bist du mal ruhig. Oh, mach bumm. Ciao. War ja nicht nötig. Und da haben wir auch die letzte. Die Hochzeit steht kurz bevor und der Chef macht sich da vorne im Turm schick für die große Ereignis. Ihr beiden macht euch besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. Ja, und du steht auf unserer Gegnerliste. Oh, der Chef hat mich übertrieben. 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 So macht man es. Ja, ich kann euch das übersehen? Die münzen. Oh, mein Schönen, der ist offen. Irgendwie tut sie mir leid, war doch immer ein tiefes Häschen. Obwohl sie böse ist. Also ist auch die zweite Schalttür weg. Und der Mond. Ach Mario. Mario, hör auf mit dem Blödsinn. Oh, das war's. 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 Festung. Oh, das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.